Mooske hey, Mooske heim, Mooske ho! Jetzt holen wir, was wir brauchen, einfach so! Mickys Wettfachmaschine ist echt los! Miska, Mooske, Micky Maus, gleich geht's los! Miska, Mooske, Micky Maus, gleich geht's los! Miska, Mooske! Was brauchen wir? Etwas Sachen, etwas Sachen, etwas Sachen! Ein Pampolin, eine Taschenlampe, ein Panglas und die geheimnisvolle Mitmachsache! Das ist eine Überraschung, die später noch mal nützlich sein wird! Zettel, das ist Toodles! Hallo Toodles! Boah, Frau Fritz, kann man das kitzeln? Bis die in Toodles bringt uns die Mitmachsachen und wenn wir sie benötigen!